hallo und herzlich willkommen zum dritten teil von horizon zero dawn dort habe ich gestern aufgehört also ich habe gestern ausgemacht und wir schauen jetzt dann weiter ins spiel rein viel spaß mit zuzuschauen wie ich das spiel spiele und wenn ich mir das video selber anschaue ich bricht gerade die fünfte wand heiter muss dazu aus der vergangenheit er öffnen für die schnell herstellung des waffenrad mit tab wähle dann die munition aus die wir herstellen willst und halte linke maustaste ok hatte gestern schon die befürchtung dass ich den zweiten part verkackt habe aber ich habe es doch richtig hinbekommen ich habe jetzt dann auch wir dann an diesem video hört ein neues intro beziehungsweise ich habe einen neuen sound für das intro der copyright free ist dass ich keine probleme bekommen wie beim ersten sound und habe ein neues auto was auch copyright free ist und den sound habe ich auch copyright free ich packe dann auch link zu der seite wo ich das gedauert habe mit runter soll ja schließlich auch vergütet werden dass die leute da wenigstens bekannt werden wenn ich und ich bekannt bin die mich ist sowieso keiner schaut du rutschst du hast und tastet sie beim sprinten docks ok beende das rutschen wenn du dich jetzt bewegst ok andere fahrende weg versperren oder ein paar hilfe ich werde ich jetzt buchen kann so die fähigen des rechtes verbessern die fähigkeit anzeige findest du im hauptmittel drücke k zu öffnen ok kann ich das überspringen ja genau da war mein gestern dass der papa weg ist dahin das haus rein nein kann ich nicht in dieser trabe führer einen stellen gleich nach aus panzer abschlagen kann ihre mit linker maustaste irgendwas stimmt da nicht irgendwas kann da nicht hin hauen mit linker maustaste leichten angriff aus warum hätte ich aber ein schwerer danke dein sperrkern mit die lüte das habe ich ja gerade getan was auch noch wenn er vertraut jetzt noch irgendwas hängt fleisch rum sind sie runter gekommen was sind das kannicke oder hühnchen kann man es nicht erkennen was soll das sein oder sind das hunde ein hund ist es jetzt schon aus die gehäutete kannicke wir sind die fälle ok hier ist fleisch ich hole mir noch frostbeulen lagerfeuer was soll ich da machen ah schnell speichern ok die manuelle speicherung jetzt habe ich ja schon einen platz ok jagdpfeile feuerpfeile ok was war das mit k aaaah habe ich schon fähigkeitspunkte ja drei stück aber ich warte mal weil das wird mir bestimmt noch erklärt im spiel reinholz bevor ich jetzt meine punkte ausgebe und dann ähm die noch ausgeben muss was ein wildschwein hier war das wir wollten doch heute jagen gehen ok warum ist er nicht hier wohin ist er gegangen was macht er hier oben ich bin schon an wie in assassin's creed die ganze zeit äh irgendwo aus Sichtspam aber wann habe ich genug da ist holz das kann man mitnehmen da ist er was macht er hier oben er steht da einfach nur rum was ist mit ihm los ok stell mir mal einen timer du bist hier äh alles in ordnung was er dazu gut dass ich Spuren lesen kann ist ja alles in ordnung nein wir müssen reden ich habe über dein training nachgedacht du kannst jagen du kannst überleben aber ich fürchte eine lektion fehlt noch willst du sie jetzt lernen natürlich ich lerne alles was du mir beibringst hier gab es kürzlich ärger das gibt uns die chance für diese lektion doch sie ist gefährlich sei vorbereitet oder du stirbst geh ins becken hinab und jage bis du die teile für feuerpfeile hast feuerpfeile von welcher art ärger sprechen wir hier wenn du die teile hast treffen wir uns hier am tor hinter dem dorf mutterherz das nordtor am rande der umfassung ja mach dich auf den weg ist sonst noch was mit dir nein mir gehts gut alles klar nein mir gehts gut machst du dir sorgen was dann passiert nach der erprobung was passiert ist klar du wirst in den stamm aufgenommen und ich bleibe ein ausgestoßener den man meidet selbst wenn der stamm mich aufnimmt ich es gibt viel zu tun wir reden später darüber ok zwischenmenschlich muss der typ noch ein bisschen was lernen oder noch was soll ich noch irgendwas tun wenn ich unten im becken bin die kauzige grater könnte nahrung brauchen besorg ihr eine wochenration fleisch wenn du die zeit dafür hast kauzige grater wäre schön wenn sie mal danke sagt ach grater folgt dem gesetz ihr schweigen ist etwas ehrenhaftes und nichts anderes wenn du meinst ich hole die teile aber ich werde auch bei karst vorbeischauen Eloy dieser mann bricht das gesetz wenn er mit dir spricht und ich bin froh darüber ich will eine stolperfalle und niemand sonst verkauft ein ausgestoßene dann solltest du sie auch laden du wirst sie heute nacht brauchen können das klingt geheimnisvoll ok wir sehen uns am nordtor wird nicht auf menschen töten das ist aber ein schön oder nächstes mal machen wir gleich ein screenshot für den dritten teil guck mal das hat eigentlich auch irgendwie ausblenden das würde ich gerne es gibt einen foto modus äh foto modus sollte schließen ja dann machen wir doch jetzt hier den foto modus ok foto modus UI ausblenden äh 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 scheiße wie kriege ich den foto modus wieder rein äh 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 r ok was da raus ja kannst du bitte nach vorne gucken danke foto modus so ja und dann ein foto machen so und dann haben wir gleich das foto für den dritten part ich weiß nur nicht wo sie gespeichert werden Francis ich weiß du hast mir gerade ein whatsapp geschrieben und ich weiß du wirst dieses video dann schauen danke dass du mir viel spaß wünschst mua grüße geht raus drücke enter um die karte zu öffnen ok warum enter warum nicht eben naja ich habe eine markierung gemacht ok so groß ist die map äh da bin ich ok rede mit grater ok da ist grater da war ein lagerfeuer da ist ein lagerfeuer ok ich habe doch die karte geöffnet wo muss ich denn jetzt hin ok da muss ich hin ok ok also kann ich doch m drücken welchen schacht hast doch ein infektor ich will das wird scheinern ja noch nie habe ich dieses tal hinter mir gelassen das wird sich nach der erprobung ändern zwei tage zwei tage bis ich antworten bekomme zwei tage dann weiß ich wer sie war und warum ich nach der geburt ausgestoßen wurde ob es dafür eine entschuldigung gäbe na gut dann sammle ich mal die teile muss die fps ein bisschen erhöhen grafik noch mal schatten auch auf hoch der qualität und textum werde ich gerne auch hoch auf ultra lassen anwenden mal schauen ob es jetzt ein bisschen flüssiger läuft die wager am bus wird die wager die räder am bus die drehen sich ich muss eine herde suchen naja ist immer noch schön das spiel die halten wir schon durchsuchen hier alles nehmen habe ich hier irgendwo ein inventar oder so das ist ein inventar outfits modifikationen stoffe das ist wahrscheinlich von der version die ich gekauft habe steine fallen und trinke habe ich gar nichts herstellen die kapazität waffen beutel outfit beutel rohstoff beutel her upgrade teile scherben munition und dann laufen wir erstmal zu grater oder ich wollte ja fleisch haben so viel zum thema sicherheit ja ich glaube ich jetzt richtig den weg lang also ich glaube nur ein umweg egal umweg lohnt sich meistens waschbär gut das kann ich gut gebrauchen wilde kill 45 xp ok alles nehme ich kann ich mich auch überladen das interessiert mich immer noch ok da ist noch was da kann ich das ist voll feuer brennen wurzel ok naja kommt immer rüber jetzt sonst nichts weiter naja ach c ist das auch so ein stein ok 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 hier ist greta Nice. Hasen. Lass mal alles erlegen, was auf den Weg kommt. Kann ich zu viel tragen? Das interessiert mich immer noch. Mutters Wacht. Mutterherz. Oh, da ist ein Dino. Also ein Elektro-Dino. Wie ein Vibrator. So als Dinosaurier. Das war das, ne? Nice. Ich bin stolz auf mich. Ich klatsche mir selbst auf die Hand. Auf die Schulter. So, mein Stein kann ich wieder aufnehmen. Okay. Mach mal alles mit. Räder mit Kase, Fallschuss, Sandler, Lohe. Drei Sandler von Läufern, zweimal Teilschärmung von Maschine. Okay. Lagerfeuer entdeckt. Zünder. Das macht heute mal Kawa's. Ventanrohstoffe. Zünder. Sehr gut. Sehr gut. So. 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 So wieder ein Waschbären. So. So. Kann ich jetzt schon... Ja. Ich kann welche herstellen. Jetzt habe ich wieder 20 Alles Okay Okay Hallo Grata Urmutter Seit meiner Verbannung Bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss War ich nicht standhaft wie ein Stein Sei mir gnädig Urmutter Und sorge erneut für mich Freu dich Grata Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen Urmutter Deine Stimme beitscht wie ferner Donner Ich höre die Klagelieder Urmutter Ich würde einstimmen Aber war meine Gebetsperlen am östlichen Ausblick vergessen Fürchte ich Warte in deinem Lager auf mich Grata Ich tu was ich kann Okay Rede mit Grata Ergeblich zur Spitze des Ausblicks Wo ist der? Ja Das war so klar Was ist das? Truhtan Okay Noch irgendwo wild hier? Nein Okay Ich hätte jetzt schon der Hunting Simulator Fettes Fleisch Reichhaltiges Fleisch Okay Wo ist der Unterschied? Klar Inventar Reichehaltiges Reichehaltige 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 Weitle Begeartige Okay Herstelle Fallen Kann ich schon erfanden? Eine Schockfalle Gehtraht Tränke Falle Sonntritts Tränke 2x reichhaltiges, ok, habe ich noch nichts dran, Widerstand 75% Feuerschadenwiderstand für 90 Sekunden ist es für sicheres Effekte, Feuerbrand wird zu gestützt, kurze Zeit gegen Feuereffekte ok ja, ich weiß nicht da wirklich schon was nehmen soll reisende, zerlegte Ressourcen und Wexöl für ihre Metallschirme, das hört sich schon mal nicht schlecht an zusätzliche natürliche Rohstoffe beim sammeln Rückrufkrieger, taktische Triffe Konzentration, Zeit verlangsam, das ist schon mal nicht schlecht, aber ich lerne wie gesagt noch nichts ich glaube der Part wird man ein bisschen länger ok, oder ich mache doch ein paar, dass wir mal im östlichen Ausguck sind, oder ich mache länger aber wenn ich wieder zu lang mache, schaut wieder gar keiner mehr das ist halt äh, darüber aus ok das werde ich vielleicht noch bereuen warum? oh Hä? Äh? Ah, nochmal F drücken. Okay. Stein hätte ich gern wieder. Der würde ich auch gern alles mitnehmen. Oh, Maschinenkern, klein, der ist blau, das sind Pflanzen. Nützlich für eine alte Rezeptur. Verderbnis, Gustwurzel, okay. Rechts ist ein Feuer, oh das sind gleich Läufer. Ich bin verletzt, du musst mir helfen. Das ist natürlich gar nichts. Meine Position ist aufgeflogen. Wollen wir nicht auf die Weile schießen? Aua! Ah, die habe ich nicht gesehen. Lebt das viel noch? Nein, es ist tot. Gut. So, guck. Ah, mein Herz. Mein wunderschönes armes Herz. Einfach alles, ne? Spule, Schaum, Prozentschule, okay, alles. Offenmodifikation erhalten. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ich auch mit Eisraufreiwurzel. Aureiwurzel, Eisraufreiwurzel. So. Es ist nochmal die Feuerwurzel. Noho. Ah, jetzt werde ich da drei Stück sammeln. Alles. Oh nein, ist ein Fuchs. Was ist das? U-Ton. Binge das nicht auf. Auf. Na ja, stellen wir gleich nochmal welche her. Bevor es mir nicht nochmal so geht. Alles. Hallo? Okay. Aua, es war nass einer Superlaser. Achso, ich bin geblendet. Oh. Oh. Mach mal richtig Action. Alles nehmen. Nein. Habe ich da auch noch was? Schock-wachs-wurzeln. Okay. So. Ja, etwas Grünes. Alles mit. Das war auch alles mit. Das war auch gleich mit. Auch alles mit. Oh, da ist gleich was blaues. Ein Läuferherz. Okay. Drücke Tappen um das Waffenrad zu öffnen. Herstellen. Ich brauche nochmal eine Lohre und kann ich 20 herstellen. Okay. Das war mein Wecker für die Zeit. Habe ich da hoch? Was gibt's da? So, da komme ich dann dahin. Okay. Was ist alles da? Ja. Läuferareale. Ah, okay. So, ja, Gebiete also. Alles. Was da hin? Ah, der Teufel wechsel ich? Ah, okay. Soh! So, wenn wir am Turm sind, beende ich den Part. Kann auch ne Weile dauern. So, haben wir gleich nochmal gespeichert, schnell gespeichert. Alles mitnehmen. Ist das hier ne Höhle? Sollt auf jeden Fall danach raus, oder? Okay. Der Krieger fahrt durch die Felsen ist in der Nähe. Der Aim ist echt okay mit Mausentastatur. Muss man sagen, für ein Konsolspiel ist echt okay. Äh, die gibt es zur Spitze des Ausblicks. Das wollte ich doch gar nicht. Quests. Ne, überhaupt. Was sind Rufaufträge? Was sind Rufaufträge? Okay. Okay, es ist genau der, den ich jetzt mache. Okay. Krater mag form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Okay, wir geben dich zum Ausblick. Wer ist da oben? So, da war das. Hört sich nicht gesund an, wenn das mein Bauch war. Ich muss bestimmt da, da. Ja, ja. Da jetzt auch. Okay. So. Das Klettersystem habe ich noch nicht ganz drin, aber... Da. Ah, hier geht es weiter. Okay. Hallo? 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 Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich nicht hier lange sollte. Oder, dass ich hier lange sollte. Aua. Okay, ich glaube, ich sollte hier nicht lange. Okay, hier war aber schon. Ich komme jetzt hier hoch. Ah, da ist das Teil. Jetzt hoch. Da jetzt hoch. Jetzt da rüber. Ah. So langsam verstehe ich es. Okay, da ging es nicht lang. Naja, ich bin schon mal ein Stückchen näher. Ähm. Der Schnee kommt sogar noch schneller als der Frost. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt dann im nächsten Part. Und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Part. Tschüss. 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 Es ist